Schön, dass du hier bist. Was hältst du davon, dass wir alles, was dich aktuell gerade beschäftigt und zum Grübeln bringt, mal vollständig gehen lassen, so dass du völlig entspannt bist und einen absoluten inneren Frieden spürst? Innerlich weißt du es schon. Wenn wir die Dinge loslassen, dann regeln sie sich oft von selbst, weil du es sozusagen an eine höhere Macht abgibst. Hakuna Matata bedeutet, es gibt keine Probleme. Es regelt sich alles von selbst. Also, bist du bereit für deine Hakuna Matata-Reise? Dann setz dich oder leg dich hin, so wie es für dich angenehm ist und entspanne dich. Lass dich innerlich fallen. Es gibt nichts, was du jetzt tun musst. Erkenne die Perfektion deiner Schöpfung. Du bist ein perfekter Ausdruck des Lebens. Alles ist gut, genau so, wie es ist. Es ist nur unser Ego, unser Verstand, was sich da manchmal etwas einmischt. Kannst du nun spüren, wie die sanfte Gelassenheit deinen Körper durchfließt und du immer entspannter wirst? Fühle deine Beine, wie sie sich entspannen. Nun deine Hände. Und nun dein ganzes Gesicht. Nimm wahr, wie es sich entspannt. Atme ein und atme dabei pure Gelassenheit und Entspannung ein. Atme aus und spüre, wie jegliche Energien von Stress und Unwohlsein vollständig aus dir ausgeatmet werden. Hakuna Matata Du magst es wunderbar. Vergiss, dich zu erinnern und erinnere dich zu vergessen. Lass alles los, lass es gehen. Es existiert jetzt nur dieser Moment und du. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Stell dir nun visuell vor, wie alle Sorgen, Ängste und Zwangsgedanken langsam aus dir herauskommen. Stell sie dir als einen Energieschleier vor, der aus dir herauskommt. Kannst du nun wahrnehmen, wie vor deinem Kopf eine Kugel erscheint? Und kannst du nun sehen und spüren, wie all die Sorgen und Ängste aus dir heraus in diese Kugel hineinfließen? Lass dir Zeit. Lass es in Frieden und in Harmonie geschehen. Es geschieht alles von selbst. Beobachte diesen wunderbaren Prozess einfach. Nimm wahr, wie sich die Kugel mehr und mehr fühlt. Und kannst du dabei gleichzeitig spüren, wie du immer freier wirst und innerlich immer mehr Gelassenheit, Frieden, Liebe und Glückseligkeit in dir aufsteigen? Lass alles los. Hakuna Matata. Sprich es innerlich nach. Hakuna Matata. Bade in dieser lichtvollen Energie. Und wenn sich die Kugel vor dir vollständig gefüllt hat und du spürst, dass alle Sorgen und Ängste von dir gegangen sind, dann bedanke dich bei der Kugel und verabschiede sie in Frieden. Nimm wahr, wie sie langsam davon gleitet und wie sie sich in Licht auflöst. Bade nun weiterhin in dieser Gelassenheit. Nimm dieses Gefühl und diese Weisheit mit in den Tag und sei dir dessen bewusst, dass es immer deine innere Haltung ist, in jeder Situation ein sorgenfreies und entspanntes Leben zu führen. Hakuna Matata. Du darfst gern noch weiterhin in dieser wundervollen Energie baden. Ich begleite dich gern beim nächsten Mal wieder. Du darfst1 Zart Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020